Wir spielen Ready or not, ja, Ready or not heute. Ready or not, here I come, you can't. No one finds you, everything goes slowly. Funk an Edis, bitte kommen. Ah, hier. Ich bin doch grad von da unten gekommen, du. Ey, bitte professionell bleiben. Sehen Sie das? Rüsten Sie Ihre Waffen aus. Für die Mission brauchen Sie einige Waffen. Modify Loadout. Three, five, seven, Magnum. Ich nehm den Rambuk. Nehmen Sie den Rambuk. Ich stecke gestanden in Ihren Göttern. Rüste ballistisches Schild aus. Rüste die Opti-Wand aus. Alles klar, kommen Sie mit nach oben. Ich zeige, ey, wir machen jetzt so Tutorial. Ich bin so der Tutorial-Führer, du bist so Tutorial. Was bist du? Der Tutorial-Führer. Ich bin der Tutorial-Führer. Okay. Ja, okay. Ey, Bruder, hör doch auf zu lachen, Mann. Ich will doch ernst machen, Mann. Okay. Alles klar, du hast die Waffen bereit. Nun geht's ab auf die Mission. Kommen Sie mit. Haha, die werden die blaues Wunder erleben. Hier hoch, Soldat. Kommen Sie mit. Tutorial beendet. Starte Mission. Alles klar, lass uns die Schweine niederbrettern. Alles klar, drei Sekunden, machen Sie sich bereit, Soldat. So verstanden, auf eine Art. Alles klar, Soldat. Machen Sie sich bereit, es wird ernst. Hören Sie zu, Soldat. Gehen Sie ganz bedacht vor. Sie haben nicht viel Leben, also schützen Sie Ihr Leben. Kommen Sie mit, Soldat. Was, Bruder? Alles klar, lassen Sie mich das Türschloss hacken. Sir. Ist ja einfach aufgemacht. Die Tür war einfach nicht mal abgeschlossen. Achtung, wir gehen rein. Warte, da ist einer, da ist einer. Wir sind hier. Pass auf, er kommt. Habe jemanden gesehen. Passen Sie auf. Geben Sie mir Deckung, Sir. Warum schießt du? Ich dachte, die macht es so klein. Er ist in der Sinkseite wieder gestreckt. Ja, er ist auf mich losgegangen. Das war eine Geisel, die schreit. Bro. Sie ist auf mich zugelaufen, Sir. Ey. Alles klar, ich gehe rein. Du nimmst die linke Flanke, ich nehme die rechte, okay? Okay, warte. Noch nicht, noch nicht. Was machst du? Rein da, rein da. Rein, 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 rein. Feuer, blieb ich mir ein, blieb. Auf und aus, auf und aus. Mach doch Platz. Alles klar. Clear. Noch einer, noch einer. Da. Ab. Hab ihn, alles gut. Was machst du? Ja. Was machst du? Bruder, ich dachte, wir machen es leise. Ja, Bruder. Ich habe so einen Revolver. Alles klar, wurde reported. Ich fessel die Geisel. Suspect DOA, auf und aus. Alles klar, wir gehen weiter. Let's go to the first floor, please. Gehen Sie vor, Sir. Gebe Ihnen Rückendeckung. Du sich hast die linke Flanke, ich rechts. Hände runter. Hände, Hände. Hände, 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 Hände. Hände, 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 Hände. FBI, open up. FBI. Okay, so I'm reading it right now. Ist alles klar, hier ist keiner. Tim ist. Hände, 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 Hände. Das bin ich? Ah! Mission failed. Open out. Ah, shit. Here we go again. Wir müssen von vorne starten. Alles klar, ich höre sie nicht mehr. Langsam. Mit Shift läufst du langsam. Was ist Shift, Sir? Heute Abend gehört dein Arsch mir. Ja, schön abgesichert hast du. Super, super, geile Absicherung, wirklich. Ey, warum hat er sich nicht ergeben? Schöne Absicherung, schöne Absicherung. Warum hat er sich nicht ergeben? Super. Also ich sag, mit Bazzi wird das jetzt richtig schief gehen. Da liegt einer. Sei ruhig. Der arme Bruder, der ist am Verrecken. Deckung, Deckung, Deckung. Komm rein, komm rein. Ja, wir müssen denn irgendwie retten. Wie, du musst ihn retten, Bruder? Scheiß auf den Mann. Wir haben keine Zeit. Ey, du kannst doch nicht die Geisel umbringen, Bruder. Wir haben keine Zeit, ihn zu retten. Wir haben eine Mission zu erledigen. Die Mission am Ar... Bruder, er hat gelitten, Mann. Das ist doch vollstiel. Komma, 200 Minus. Er hat gelitten. Komma und dreht sich wieder ab. Er hat gelitten. Wir sind keine Ärzte, wir sind SWAT. Ja, hinter der Theke. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich bin eigentlich echt gut in dem Spiel, ha? Ich bin tot. Ne, Gigantat jetzt nicht. Du hast gesprengt. Ich bin tot. Ich hab nichts gesprengt, Bro. Gigantat, warum hast du Bazzi gesprengt? Kann mich einer retten? Ich hab nichts gesprengt. Retten. Du bist nicht tot. Was redest du da? Oh shit, oh shit, Gigant. Oh nein, das sind drei Stück. Ey, es darf keine sterben. Vier. Oh Mann. Oh, die Geisel geht drauf. Ja, wirf eine Bombe in die Geisel rein. Los geht's, los geht's, los geht's. Bazzi, wo bist du? Wo bist du, Bazzi? Wo bist du? Einer down, einer down. Fire in the hole. Fire in the hole. Geh weg, geh weg. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, ich kümmere mich um die Geisel. Wirf dir einfach da hin. Ich bin tot. Wo war er, wo war er, rechts oder links? Der unter der hinter dem Ding, hinter dem, äh, Ding. Also Gigantat. Hältst du dumm, der war doch vor mir, warum werde ich denn gefreundet, wenn er vor mir ist? Er war doch vor mir, hätte ich geschossen, hätte ich ihn noch getroffen, du politisch. Ja, geh noch mit zwei Monats. Da ist einer, hörst du den nicht? Oh mein Gott, Edis, du sollst mal mit Fortnite anfangen. Hä, was war das mit Fortnite? Da ist noch einer, Edis! Oh mein Gott, du bist ein kranker Motherfucker, Mann. Holy shit. Hä? 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 Hä, ich bin gerade geflogen. Nein, 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 das Ding ist, Bazzi lebt ja noch, weil der schreit ja die ganze Zeit seine Mates an, er muss ja noch leben. Oh, die Map kenne ich, die ist strammt. Da ist jemand. Links bei dem LKW. Nein, nein, nein. Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Da sind zwei. Warte. Blendgranate oder Schuss. Rufen, rufen, rufen. Hands up. Nein, das war doch, oh mein Gott, Bruder, du siehst doch, dass er, ey, du siehst doch, Bruder, dass er nicht Dings ist, Bruder. Du siehst doch, dass er keine Waffe hat. Bruder, ich dachte, weil du Hands up geschrieben hast, der ist gerannt, es tut mir leid. Ja, mal gucken, was das jetzt ist für eine... So, haben wir es geschafft? Gut, wir haben gut eigentlich. Was kriegen wir? War das gut? Ja, warte, wir kriegen auch Minuspunkte. Ja, ja, ja. Wieder 11. Schön, wieder eine 6. Ey, bitte. Genau deswegen, Bruder, weil alle gestorben sind. Oh, nur. Wo ist deine Ohren? Ah, tischmäßig. Ja. Wer schießt da? Ja, ist halt draußen. Hier bei mir draußen. Bei mir draußen. Ja, ja, ich komme, ich komme. Haben, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr gerade diesen Header gesehen? Warte, warte. 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 Wie mache ich denn Licht an meine... ...dass du, egal. Später. Boah. Einfach Fake von Dingels. 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 Geil. Ey, wo ist einer? Lütfen, Lütfen. Warum schießt du? Warum schießt du? Denkst du, du schießt mich? Ey, das ist so dumm, Bruder. Das ist so dumm. Oh mein Gott, Bruder. Alles gefällt dir da. Eieiei, Digga. Ach. Ach. Nacken. 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 Ich habe nicht geschossen. Er hat geschossen. Oh mein Gott, Bruder. Was hat das gemacht? Hä? Was war das, Bruder? Das war ja ein richtiger MPC-Move. Ja, ja, warte, warte. In diesem Moment schießt einer auf mich, ne? Das finde ich aber nicht korrekt. Er kommt, er kommt von deiner Seite. Hab ihn. Nachklub ist sehr schwierig. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich dachte, ich könnte ihn. Okay, der liegt. Ich habe die rechte Seite. Hab ihn. Auf welche Seite? Okay. Ja, hast du mich gef***t, danke. Alles gef***t. Blöds. Ich wollte ihn weiterwerfen, aber der hat ihn nur 20 cm nach vorne geworfen. Ich weiß gar nicht. Ist weg. Ist weg, ist weg, ist weg, ist weg. Nein, er hat die Geisel umgeschossen. Fuck, Alter. Mal gucken, wie es jetzt ist. Auch bestimmt wieder komplett evakuieren. Ja, was geht ab? Habibi, Dankeschön, Batzi. Warte, warte, warte. Oha, oha. Ey, wir haben es geschafft, Bruder. Ohne dich, Batzi. Oh mein Gott. Aber E. Aber E. Kein F. Aber kein F. Es ist besser, Bruder, aber es ist halt wieder... Warte mal. Was heißt Zivilian Kelet? Stuttgart was Halloween Horror rec fooled. Es gibt einen F. Warte mal. Woah, ciao.